Ich kümmere mich um Wurz. Passt da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Die afghanischen Rebellen wollen nicht komponieren. Mullah Rahman ist kein leichter Verhandlungsfaktor. Mullah Rahman? Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prost da, Marianietka. Kack ich dich. Tiene. Kackskasano. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funktional an. Du wirst mich töten? Ja. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt! Die Amerikaner le stä diciendo, que no se mueva. Maulheit! Er denkt, dass er in Kontrolle ist. Aber er ist nicht. Ich sage, Maulheit! Die Waffen runter! Ich schwöre, mein Gott, ich töte diesen Bastard! Los amerikanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros... ...deberíamos demostrar. Du Hurensohn! Patschen, wir sind unterwegs! Geh zum Strass! Geh zum Strass! Stehe die Evakuierung! Negete die Evakuierung! Geh zum Strass! Geh zum Strass! Geh zum Strass! Verdammt nicht! Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her! Was zur Hölle ist dahinten passiert? Lass den Scheiß hat sie! Sie kommen näher! Wir brauchen mehr Zeit! Die Hochstände sind gut für Scharfschützen! Blech auf und gib Deckung! Wir müssen loshaften! Rauch einsetzen! Ha! Rauch geworfen! Schnapp dir Wurst! Ich hab' ihn! Geh'n dir! Ich hab' ihn! Ring Wurst und Eckof! Ich hab' ihn! Es kommen noch mehr! Weiterfeuern, Hatsch!